Wir sind die Sportexperten aus dem 7. Jahrgang von der EGS Gifffern und heute werden wir Katharina Maunach interviewen. Wann hast du deine Fußballkarriere begonnen und erinnerst du dich noch an dein erstes Training? Ich habe mit fünf Jahren das Fußballspielen angefangen und den Leistungssport betreibe ich jetzt seit elf Jahren und habe angefangen beim FC Bayern München. Wenn du einen Tag mit einem Sportler tauschen dürftest, wen würdest du wählen? Du verdienst auch bestimmt Geld mit Fußball, aber weißt du schon, was du nach deiner Karriere machen würdest? Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich natürlich auch eine Ausbildung absolviert als Kaufrau für Bürokommunikation. Das ist sozusagen mein zweites Standbein. Also wir haben ja vorhin deinen Namen auf Insta schon eingegeben und haben da was gefunden. Wie viel Zeit nimmst du dir für soziale Netzwerke? Auf Stunden ist es jetzt schwierig zu reduzieren. Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie mal Teigwaren? Ja. Richtig. Wir haben hier einen Hund zu Gast und du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, um zu erraten, auf welchen Namen der Hund hört und wie er heißt. Jetzt machen wir weiter mit Bela und Lilly und dem Sportexperten-Special. Die Sportexperten Fix. Bist du nach dem Training einer der ersten beim Umziehen und wer ist die letzte? Die Frage ist gut. Jetzt kommen wir zu den Sportexperten-Tricks. Kannst du uns später einen Trick zeigen, den du gut kannst oder magst, vielleicht in der Fußballwelt?